Wie weit ist der BIMA von der Leinwand entfernt? Messen wir das mal nach. Ich hoffe es klappt. Hängen das mal hier oben ein. Hoffentlich bleibt die Leinwand hängen. Ich brauche deine Elf. Führe mich. Beschütze mich. Was sehen wir? Ungefähr 4,70 Meter. Können wir gerne noch einmal die Leinwand nachmessen, wie breit die ist, falls du das auch wissen möchtest. Knapp 3,06 Meter. Der Rahmen ist breit ungefähr 5 cm. Also haben wir knapp unter 3 Meter. Falls du noch Fragen hast, kannst du sie mir gerne stellen. Was sehen wir dann? 4,10 Meter. 5,10 Meter. 6,10 Meter. 7,10 Meter. 7,10 Meter. Untertitelung des ZDF, 2020